Musik Ein musikalisches Highlight zum 30-jährigen Jubiläum der Burgfestspiele Leuchtenberg. In diesem Rahmen haben Markus Engelstädter and Friends nur mit dem Programm der One Night to Remember Premiere gefeiert. Auch dieses Jahr begeisterten die Künstler mit akustischer Musik und Perlen aus der Pop- und Rockhistorie wieder das Publikum. Aufgrund der hohen Nachfrage wird am 5. Juli ein Zusatzkonzert gegeben. Untertitelung des ZDF, 2020